Und wenn die nicht irgendwo einen vierten Schalter versteckt haben, dann habe ich keine Ahnung, was das soll. Oder einen Raum, den ich nicht gesehen habe hier, aber hier ist ja nichts. Hier ist er dicht. Ende. Also, ich verstehe es absolut nicht. Vor allem, das verstehe ich nicht. Den ersten Schalter schon. Dann läuft er da oben durch. Und wo landet er? Nirgends. Am Anfang. Er verschwindet da oben in der Wand und taucht plötzlich da hinten wieder auf. Leck mich. Echt. Also so macht das echt keinen Spaß. Wenn Sachen Sinn ergeben würden, okay, aber so. Hier müsste er eigentlich rauskommen. Kann ich mir nicht da reinlaufen? Gucken kann, ob das überhaupt möglich ist. Nein, kann ich natürlich nicht. Dann stelle ich mich auch drauf. So. Passiert etwas? Nein. Ey, das ist... Das gibt es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Ball machen soll. Also hier vielleicht irgendwas... Hier vielleicht irgendwas... Weil langsam gehen mir echte Ideen aus, was man da machen kann. Absolut nichts davon ergibt auch nur irgendeinen Sinn. Oh, komm, mach das mal hoch. Er kann den Ball da auch nicht reinschießen in so ein Loch, da. Also das... Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss vielleicht... Den Kuh muss ich vielleicht abschießen, wenn er da durchkommt. Vielleicht haben sie sich ja so überdacht. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Irgendwie. Ach, jetzt war es halt da. Und unten lang. Das muss offen, oh Gott. Ach ja, Ball. Ist klar. Dann muss der Ball natürlich da wegrollen, in irgendeinem Grund, den ich glaubst du nicht kennen. Da werden wir es mal so versuchen, aber nein. Der Ball will natürlich nicht. Er rollt weg. Oder da eben noch ein kleines Stillstand. Und ich bleib hier stehen und weh, du rührst dich. Drecks Ding. Mann, 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 ey. Das regt mich mehr auf als das gesamte Spiel zusammen. Da braucht er mich gar nicht mehr da hoch. Schon als wird eingestellt. Das kann ich jetzt da rein, jetzt. ich hoffe das ist richtig wenn ich dann mache ich jetzt wieder mal unsere zeitverschwendung vor allem ehe ich den kubus hier überhaupt anrauchen sehen das ist doch schon durch ach man hätte auch mal hinter mich zu gehen doch scheißding langsam reicht es echt jetzt habe ich nämlich die sekunden gezählen ich warte dass das drecks ding da machen zu sehen ist ja hellen deckt mich doch langsam echt jetzt kommt er nicht darüber oder was was ist das für ein mist geht auch hallo ey ist das unsichtbare wand oder was gott den da hinzukriegen ist ja übel ja Das fällt mir nichts mehr ein. Was soll der Scheiß? Was zum Geier soll diese Scheiße? Ein Glück ist ja komisch. Aber ey, wenn der jetzt nicht da gewesen wäre. Ich hätte sowas von gekotzt. Da muss jetzt der Drecksball hin. Ich hoffe, das bringt irgendwas hinein zu machen. Na Gott sei Dank. Hä? Was ist das? Schaut sich süß an uns. Bleibt das jetzt auf? Nein, Glück bleibt das auf. Oh Gott. Test. 6 von 7. Ich dreh schon langsam durch hier. Oh Gott. 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 Okay. Ah, die Tür geht aber auf. Okay. Ball. Hört das Wasser nicht durch. Doch. So denkst du, sie gefällt mir gar nicht. Vielleicht kann sie dann noch hier in den dicken Ruhmolz sitzen. Okay, dann muss ich erstmal daneben bleiben. Das ist nur Lava. Bye. Schießt du? Bin nicht, dass du schießt. Ach, hier ist Glas. Okay. Da ist sehr viel Lava. Die kommen wir nicht durch. Na gut. Und du? Ich muss den da runter nehmen. Aha. Na gut. Das ist seltsam. Komm ohne Ball nicht durch und mit Ball... Esst recht nicht. Eine Portalkanone habe ich leider nicht. Hallo. Das einzige, was ich machen könnte, wäre... Stern. Hä? Also, die Tür geht leider nicht auf. Die geht nur, wenn der Ball drauf liegt. Sehr gut. Ich kann den nicht da runter holen. Ich kann ihn zwar runter holen, aber ich kann ihn nicht wieder rauflegen. Aber es sei denn, man kann da dieses Ding kaputt machen, aber... Das ist das Ding. Bäh. Mann. Zweifel ist, dass der Ball das Fenster kaputt machen kann. Nein. Hä? Wenn der weg ist, dann ist es zu. Also wie soll ich da hinkommen? Da drüben ist nix. Ob das aussieht. Ne. Das ist so eine Seilwinde. Hm. Ich hab keine Stelle. Man kann den Ball da runter holen und dann sterben. Super. Finde ich ja sehr praktisch. schon mal. Aha. Na toll. Ah, danke, das weiß ich auch. Also hier durch. Ich dachte, dann machen wir da raus. Näh. Vorbei. So, und du? Ach. Toll. Weggehen kann ich auch nicht. Ball zu mir holen geht auch nicht. Aber vielleicht rollt er nochmal auf. Gott sei Dank. Toll. Toll. Ach. Okay. Was für einen Sinn macht das jetzt? Da könnte ich nach oben, oder? Dann ist man auf den Viechern ausgeliefert. Was nicht so prickelnd ist. So. So. So.